So, wie versprochen gibt's ein kleines Update zu den Hunter-Talenten, die jetzt im aktuellen Build geändert wurden. Und dann gab's auch noch ein paar Buffs, beziehungsweise Nerves, halt wie immer. Die werde ich auch noch kurz ansprechen, aber der Schwerpunkt liegt jetzt erstmal auf den Talenten. Da wurde nämlich einiges umgeworfen, beziehungsweise sogar komplett, ja, ersetzt. Und zwar machen wir erstmal die kleinen Änderungen. Ich würde sagen, einmal Barrage, also Sperrfeuer auf Deutsch, da wurde einfach nur der Schaden verdoppelt und die Fokuskosten verdoppelt. Also sprich, es kostet jetzt 60 Fokus statt 30 und der Schaden ist halt doppelt so hoch wie vorher. Das heißt, man muss halt jetzt wirklich ein bisschen besser seinen Fokus managen, weil das ist jetzt, glaube ich, sogar der Skill mit den höchsten Fokuskosten. Weil, und da kommen wir auch schon zum nächsten, die Vögel wurden nämlich geändert in halbe Fokuskosten, also sprich jetzt 30 nur noch statt 60. Halber Cooldown, also eine Minute statt 2. Und die Dauer wurde aber auch halbiert, also hält ihr jetzt nicht mehr 30 Sekunden, sondern noch 15. Das heißt, ihr könnt es halt öfters einsetzen, macht aber weniger Schaden, aber dadurch könnt ihr es natürlich, und da kommen wir auch gleich zu dem besonderen Bonus, halt auch bei kleinen Ads einsetzen. Weil, wenn der Mob von die Vögel betroffen ist und währenddessen stirbt, wird der Cooldown resetet. Das ist ein ziemlich interessantes Feature, endlich mal nützlich im Vergleich zu dem vorher mit unter 20% und dann eine Minute weniger Cooldown und so ein Bullshit. Das hat ja fast nie was gebracht, ne. Und jetzt kann man das halt auch mal einfach mal so brainless auf ein Ad machen, weil es wird ja sowieso resetet, also ist nichts gewastet, auch wenn es nur halb so lange läuft. Das ist schon ganz geil. Ähm, ja, ansonsten, genau, Jagdfiebe wurde auch geändert, es hatte vorher eine 20% Chance bei Damage Skills zu procken. Das haben sie jetzt geändert in 6% Chance pro 10 Fokus, die ihr ausgibt. Das heißt, ähm, einerseits ist es ein kleiner Nerf bei manchen Skills, wie Arcanschuss zum Beispiel, ja, weil der kostet 30, wenn ihr das jetzt hochrechnet. Das sind, äh, 3 mal 6 in 18, das heißt, ja, 2% weniger ist halt jetzt in dem Fall ein Witz. Aber, zum Beispiel, bei Klebenwurf, ne, da ist es halt schon wesentlich geringer. Wenn man jetzt aber überlegt, äh, ihr benutzt irgend so einen dicken Spender hier, ja, wie Sperrfeuer zum Beispiel, oder, ähm, aber die Vögel, da prockt es glaube ich gar nicht, ähm, ne, aber zum Beispiel bei Sperrfeuer. Dann hättet ihr bei Sperrfeuer jetzt 6 mal 6, ne, 36% statt 20. Also es ist, ja, so zweischneidiges Schwert, sag ich mal. Ähm, ist kein richtiger Nerf, ist aber auch kein richtiger Buff, ist so ein Mittelding irgendwie. Ähm, jetzt kommen wir halt mal zum Neuen, und zwar Eifer wurde ersetzt durch Steady Focus. Das zeige ich euch am besten gleich mal, da kriegt man nämlich dann einen schönen Buff. Und zwar, wenn ich jetzt zweimal, äh, Cobra Schuss oder Steady Caste, Achtung, BÄM, ja, das, ach lol, das hat sogar dasselbe Eigen wie damals, äh, Fokus Regeneration um 50% erhöht, kriegt ihr dann. Für, 10 Sekunden. Ja, ich mach's nochmal. Äh, ihr dürft euch jetzt nicht über die kranken Zahlen hier runden, das sind die Low-Puppen. Schön wär's, ne? Kein Item Squish, sondern Item Buff, ne. Nicht ganz. Ja, das ist halt quasi damals wie bei Marksman so ähnlich, ne. Mit zweimal Steady. Und, mal kurz schauen, ach ja, genau. Powershot wurde auch noch gebufft. Der macht jetzt, mhm, Schatz 200, 450% Weapon Damage. Also der wurde richtig gebufft. Äh, ist aber eigentlich, ja, ich denke mal, ist immer noch nur für PvP interessant. Ähm, das war dann auch schon, ne, Moment, äh, Wilbur und Sting wurden noch geändert. Wo ist er? Hier oben. Äh, und zwar, wenn... Ah, ne, das war Moment. Genau, Wilbur und Sting wurde geändert in Cast Time. Ähm, das heißt, er war vorher instant, ne. Und er hat jetzt, ähm, 1,5 Sekunden Grund Cast Time. Ich hab jetzt halt ein bisschen weniger wegen Haste. Aber er hat 1,5 Grund Cast Time. Und 45 Sekunden Cooldown. So, und jetzt kommen wir nochmal kurz zu den einzelnen Spec Änderungen. Ähm, bei... Machen wir kurz Marksman. Marksman wurde der Aimed Shot etwas gebufft von 350 auf 420%. Ähm, Steady Shot wurde von 60 auf 75% Waffenschaden gebufft. Also, im Prinzip ein kleiner Buff für Marksman. Bei Survival, das hatte ich ja schon im letzten Video erwähnt, äh, haben sie jetzt die Änderungen von Lock & Load wieder rückgängig gemacht. Das heißt, es ist jetzt wieder wie auf dem Live-Server, dass, äh, durch Black Arrow, also schwarzer Pfeil, durch die Ticks von dem schwarzen Pfeil, habt ihr jeweils eine 20% Chance pro Tick, dass, äh, sichern und laden, also Lock & Load prockt. Und dann kosten die nächsten zwei Explosive Shots keinen Fokus, äh, und kein Cooldown, ne. Jetzt, was noch neu ist, äh, was noch gebufft wurde an sich bei Black Arrow, ist, dass, äh, wenn er dispelled wird, also für PvP interessant, dass, wenn er dispelled wird, wird der Cooldown resettet. Ja, also ein kleiner Buff für PvP, für SV. Äh, ist wahrscheinlich immer noch so schlecht, aber, naja. Da sollen sich die PvPler im Kopf drüber zerbrechen. Das ist nicht so mein Gebiet. Ähm, Ansonsten wurde noch die Mastery geändert bei SV. Äh, man hatte vorher 10% erhöhte Chance auf Multi-Strike. Ja, also Multi-Strike, nochmal zur Erinnerung, ist dieses, dieser neue Stat, der euch eine extra Chance gibt, äh, also ein extra Angriff quasi, der halt nur, ähm, 30% seines normalen Schadens macht. So, ja, wie beim Ehele-Schamanen, so ähnlich mit Blitzschlag, halt, kennt ihr ja, ne. Die Überladung. Ähm, Ja, das wurde geändert von 10% erhöhte Chance auf 20% mehr Damage. Also, auch ein Buff, kann man eigentlich sagen. Vor allen Dingen, es skaliert halt, ähm, mit Gear besser. Logischerweise. Ja, Beastmaster wurde mal wieder genervt. Und, ja, weil es darf ja keinen guten Huntersberg geben. Obwohl, genervt ist nicht, nicht, nicht die ganze Wahrheit. Weil, ähm, fast wurde genervt. Und, ja, so 40% weniger Schaden. Und, äh, dafür wurde aber Killshot gebufft. Ja, das war's eigentlich auch schon für die Hunter-Änderung in diesem Bild. Es sind ein paar ganz interessante Sachen dabei. Ein paar Buffs, ein paar Nerfs. Ähm, andere Klassen wurden aber auch teilweise genervt. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, Hunter ist jetzt wieder total am Ende. Aber, ich hoffe, das wird nicht noch, ähm, ja, weiter nach unten gehen. Ja, weil, sonst müssen sie die anderen Klassen doch teilweise noch ordentlich laufen. Gut, das war's für dieses Video. Und, bis dann.